Ich freue mich für euch und alle, die hier sind. Ich freue mich für euch, dass ihr hier seid. Sie sind alle von heute willkommen hier. Gut, wenn ich denke an die Menschen, die kommen nach Gott, und wir alle tun es verschieden, einer kommt, der 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 kommt. Wir haben jetzt gehört von Kenley, Carla und Jennifer, sie haben auch verschiedene Taten, auch auf einer verschiedenen Weg, wo die Ehren angetaucht wurden. Und so sind wir auch alle. Und wir freuen uns, wir kriegen dann die Worte an der Weg, das passiert ist, wir freuen uns danach für jeden. So, was ihr gedacht an eine Message von denen, ja, wir können so viele Faschen lesen, wo uns immer weiter anspornen oder uns freigegeben, oder wo wir können sagen, wow, dass ich an Jesus glauben kann, dass bloß Gott sind genug, dass es nicht mit mir selbst. Ich kann das nicht. Mit mir selbst würde es nicht passieren. Dass es Gott sind genug, was uns treten wird. Und ich habe gedacht von denen, ein Thema, das sagt, dass ich dort, was Gott getan hat, sind wie neue Menschen. Nicht, dass ich dort, was wir getan haben, aber dass ich dort, was Gott getan habe, sind wie neue Menschen. Ernst Morrison verteilt eine Schrift in seinem Buch, dass eine Evangelisation in Golgotha, die steht, ich weiß nicht, wo er gerade meint, aber dort, bei einer weh, und so ist eine Frau, die geht für diese Evangelisation, es ist ganz bewegt, und dort, wo er seine Hand hat, er ist ganz abgeregt, er war ganz, ganz ermutig, dass er früh die Versammlung geht. So, vor seiner Kinder nimmt er sich sein Gewehr, fällt er mit Schassen, und sagt, ich bin, dass er ein Wort verjährt. Einer von uns bettet, von der nicht in die Höhe kommt, sagt er zu seinen Kindern, wenn er früh ist, und er wird schlecht, und er wird nicht in die Höhe kommen. Aber etwas wird von ihm passieren. Als du in der Versammlung bist, und die Predigt anhörst, dann hättest du immer, dass er nicht ein hochzeitliches Kleid anhörst, wo best du hineingekommst. Und das drängt dem immer so an, und er kann nicht gehen. Wo weiten die Menschen, dass er nicht mehr sein, ohne ein hochzeitliches Kleid, oder was auch immer. Wo weiten die Menschen, das weiten das auch nicht. Aber er wird sich überzeugt, dass Gott seine Sternworte am Reden hat. Als er in die Höhe geht, heilt er in die Früh, er hat nichts zu sagen, er kann nicht reden. Sie müssen es aus der Stadt. Sehen sie dich wie bei Tüsten, und er steht, wo sie machen, eben eine schmale Brie, und ein bisschen Wutter, trägt er sich sein Gewehr rüht, sagte zu seiner Frau, das Ding ist voll, ein roter Brot. Aber er kann nicht mehr wieder. Wenn das so ist, was ich meine, du gerät habe, dann sei ich auch. Kannst du mich vergeben, für das, was ich gelebt habe, oder was ich, die habe ich doch unter dem? Kannst du mich vergeben? Die Frau sagt, ganz von Horten, Gehren. Und dann fragte noch eine Frau, sagt er, kannst du mich halten, das best du willst, mich zu halten, und nie das Leben anzufangen. Und wir können uns verstellen, weil die Frau in den Morgen sich top in den Arm gefahren sind, und haben sie gehealt. So, was Gott das, was Gott getan hat, das wird von dir. Wir hätten hier diese drei, Geschwistern im Hören, was sie belebt hatten. Sie haben nicht das Grausame durchgegangen, aber Gott nicht mehr an. Was Gott getan hat, das wirkt, das schafft, und so war das, das von dir auch immer noch, wie kann das sein. Wenn wir uns mal lesen, 1 Corinthians 1, Vers 30. Es ist ein sehr bekannter Versch, und da kann es sagen, ich habe den Karts irgendwo gebrückt, aber es ist immer ein Wettfall. 1 Corinthians 1, Vers 30, da sagt, jetzt steht, durch das, was Gott getan hat, sind die in Christus Jesus. Nicht, dann wird nicht was passieren, aber es sagt, dann sind die in Christus Jesus. Gott hat dort gemerkt, dass wir Jesus Christus in uns, weis, gereich, heilig, geratet sind. Das wird Gott getan hat. Das ist nicht uns selbst, das ist nicht, dass wir gut werden, dass Gott an uns denken hat. Nein. Gott möchte den Weg reiten, dass wir geratet werden können. da sind Feuerdinger, was hier passieren, dass wir in Jesus Christus sind und sind wie weis. Wir werden in einem Versch das steht, wie wir sind, das ist eine Schlange, das ist eine Düb. Und hier sagt es, durch dass wir in Christus sind, sind wie weis. Dann handeln wie weis. Dann sollen wir tun, dass wir dort leben, wo Jesus Christus will. Wir sehen nur der Christus Jesus ist. Wir sind weis und wir sind gerecht an dem, was wir uns in Jesus handeln geben. Dann sind wir herrlich. Dann sind wir reine Menschen. Nicht bloß dort, weil wir gerade von euch verdorben. Das, was Gott getan hat. Das, was wir uns verdient haben. Das, was Gott uns geben hat, dass wir zu schmack waren. Nein. Das Gott sind genug, was uns bewiesen hat. 2 Corinthians 5, 17 Da sagt du wein, wann wer ein Christus ist, was da? 2 Corinthians 5, 17 sagt du wein, wann wer ein Christus ist, dann ist ein nie Mensch. Dort wird er verhe wie es nicht mehr. Er ist nie geworden. Das ist was ein Christus ist. Dann sind wir nicht mehr so, wie verheir werden, dann sind wir geändert. So ist das Mann. Er ging auf eine rauf weg rüht. Seine keine Ängste sich, dass er ging. Er kam aus einem ganz veränderten Mann in Haus. Das ist was Gott did. Das ist nicht was wir tun. Das ist nicht was wir verdient haben. Das ist was Gott did. Eine andere Geschichte. Charles Spurgeon vertelt, die Rechte in der Städte in einem Wort ungedäunt einem Mann zu rechten. Ihr sollt sprechen von einem ist der hat sich für Schuld. Und die Lieder in der Stadt bekannten diese beiden Männer und das wird ein guter Freund gewesen. Er war sehr dicht und war ein Wort von der Stadt arm ungedäunt diesem Mann zu sprechen. Da sind die Lieder in der Rechte sind alle gespannt was passiert was nicht vergehen das ist ein guter Freund gewesen was was vergehen und als das Mann fängt zu reden das Rechte dann fängt das Ödel sehr hart und kräftig an und das handelt sich an die Geld struf und die Geld struf wird sehr hoch gelacht die Menschen durch eine versammelnde man was hier fährt das sind jedoch frem und das Struf wird so hoch gelacht das ist jedoch unfair was der Rechte hat vor vor dem alle berät ist das ist was kommt dann steht höf von seinem Stuhl und er sagt sich bis den Mann do und nimmt seine Geld und betult die Schuld was was man schuld ist das ist ein kleines Beispiel was Gott für uns getan hat er kann du werden schuld du werden verloren für ewig wir werden condemn fermer nicht bloß wenn Stutz geht Gott sagt er 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 verdammt worden und er 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 gerecht hat dort wir leben können er hält sich nicht träge und schuld an dort er so geht was er geht nein er will er rauf zu kommen er will er schuld absich zu nehmen da er kann du schuld sein er schuld wir wenn wir dann sehen so ein to fasst steht von der wir können sagen dass Menschen beteignen bestätigen was Gott getan hat das ist nicht mit uns selbst was Gott getan hat dort merkt uns ein Christus gerach weis und heilig in gerad wenn wir kicken down in Ephesians 4 Ephesians 4 verse 17 das nie leben von den Christen und so wenn wir denken an den Paragraph von Ephesians 4 verse 17 der Länge dann wundern wir Schriften zu Christen oder was geht da und hier fängt an wo er kann nur sein als das das hat haben will so Paul ist überzeugt dass er nicht will sein und sein sein was er mit er will oder so was Gott will haben er nicht selbst was Gott will haben das soll sein soll dann sagt er nicht mehr leben aus den Fälscher der und nicht wird fallen den ok du hast eine Veränderung passiert und es soll klar sein das Leben soll anders sein als das verheir wird verheir Bekehrung lebe nur ins Fleisch nur die Bekehrung lebe nur in Gäst das was Paul ist für sich erklären und dann wo ich ein paar Forts lesen seit er Gedanken geritten sie im diesteren Rahmen haben kein Ander und leben in Gott will sie von Gott nicht weiten im Hort blind und verstockt sind im Hort blind und verstockt sind das wäre wie wir sie sind stammt geworden in alles was er nicht gewesen sein können sie leben höher und sich in abschessliche Sachen gehen um sich zu schämen so wird die an Christus nicht von allen gelehrt so all diese Dinge dort ist Fleisch bewält dort ist nicht in Christus das habe ich von Christus nicht gelehrt in verse 21 sagt dort erst wenn wir überhaupt von Christus gelehrt haben will in Christus habe die volle wo he wann noch wird es dort leben dort bedeutet dann hast von Christus nicht gelehrt wenn wir in dieser Weich leben aus der verfolgende sein dann meint wir haben von Christus nicht gelehrt und dann in verse 22 hier fängt das an zu drehen und fängt an zu sprechen und wird an so ab was wird so und dann sagt seit die von den alten Menschen los kommen da gehen zu leben aus gedeiden und da sich der ansprachende selbst in den gründ brach so nu habe wir die polis ansprachende mal zu betrachten was ist unser Leben wo steht mein Leben mit Jesus ist mein Leben noch so als ein ouler Mensch und seine ouler Natur lebt er erst verändert wenn du noch so ist dann soll du nur dass du war von los kommen das wird uns selbst in gründ bringen das verhielt sind das merkt uns schwag das merkt uns vielleicht selbst hoch abheben und meinen wir sehen ob wir in Christus sind wie schwag oder vielleicht sogar noch nicht bekannt mit was lehr ist verstreuend finde seit Jesus und durch den Jesus von Grund ab soll sein nie Menschen sein das soll nicht bloß ein Show sein das soll nicht bloß sein das nicht weiten die Menschen dort das ist geändert das sagt das soll von Grund ab und von es soll kommen und das soll sein das soll geändert sein wir sind nie Menschen dort ist was Gott von uns verlangt heute durch das anspornen und zu denken wo wir wie als wir in uns Leben leben was lebt wir was wir uns verlangen was wollen wir in uns leben was wir ein Ziel in uns leben das soll nicht nur ans Fleisch gehen nicht nur an das eine gerecht hat oder die gerecht die Gott geben hat Vers 24 dass Gott sein Bild gerecht und hell geschaffen sein dort wird Gott von uns verlangt in 1 Korinthians 1 Vers 30 sagt das was Gott getan hat sind die in Christus Jesus das sagt nicht das was Gott getan hat dann wo wir sind wenn es hat klar dass das Lied wird geschrieben hat die Hand sich bequiert das sind Christen das was Gott getan hat wenn wir annehmen was Gott getan haben dann sind wir in Christus Jesus und er hat uns gereinigt er hat uns ge weis hat ge ge vora brug so to leven das sing well nu g er hat wieder ein 25 fahr fangt an dinge ab an was anders sein das erste ding was ab an hat hitt ab mit lehen red die wahr hat einer zum anderen will die sind alle glieder an einen körper so ein andere wird wenn wir versammelt sind aber wir sollen so reden dass es stimmt mit was wir sagen eine mame die war mit zürich und hat ihren vier jungen mit und die lau ist wenn sie ist drei jahrelang als ein halber ticket und wenn sie die war sind dann ist ein volles ticket für die sind wenn die mame ein zürich nennen sticht dann fragt die was kovrier und das wenn das kleine jungen und sagt die mame drei jahrelang jahrelang die mame den sitzt schön mit er oder was immer stört sie wieder kommt der mame train und fragt den kleinen jungen wo passt du drei jahrelang jahrelang so sie hat die pausen gespürt was immer hat wir die lüter dann beklärt die teacher sich was das für ein verlogener jungen ist das bloß so verlogener wo kommt er her was passiert sei wieso dort andere Kinder in Schoppet Gewäss holen oder sei wieso dort sie langsam hart waren und hier sehr viel Anordnung anrechten tun Vers 26 wenn wenn könnt euren dann sage ich so dass ihr nicht versinden und vereinigt euren das an und ihr geht so ich glaube wie alle können ich glaube ich sage dass wir uns manchmal euren tun oder dass uns gereizt wird dass er darauf ankommt und hier sage ich Paulus wenn er darauf ankommt dann habe ich eine Arbeit und dort soll sein dass wir uns an unseren euren nicht versinden und wenn die Dinge sind was passiert sind wo wir uns geäuert haben dann schickt wir uns nach dahin sollen dort reich das soll ein sein euer sein und das kann sein wenn das passiert dass euer sein wird und sein dass wir dort sein euer unser genoten sein und jetzt wenn dort ist dann dann ist das blüft das ist und wie keiner von uns will sondern steht es dort von dieser Welt weich gehen so erst nennen ab legen und nennen ab euren und dann in 27 Versch sagt dem Bösen Feind keine Gelegenheit kann es kommen dass wir den Teufel irgendwo Gelegenheit geben dass Dinge ans Leben nicht reich hoffen ein Spruch sagt es steht a man who harbors malice in his heart invites the devil to come in and keeps a place ready for him wenn wir angereicht ich hätte einen Fass holen oder den Feind die Gelegenheit geben er uns doch man nicht so viel wie Loden am Herrn dass er bei uns kon tü sein Vers 28 wer mit stehlen geplägt ist sollte mit ab hier in arbeiten gehen und ab reich dich mit seinem Brot verdienen so 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 viel dass er hat die nicht haben was würde wir denken wenn ein Mann sich bekehrt und fängt an für Jesus zu leben und haben wir mit Stählen und dann wenn er in den Hüsch geht und sagen okay ich habe so wie habe immer so und so viel gestohlen ich werde dann den nächsten Weg 20% weniger und nach ein paar Wochen 20% weniger und so langsam ab hören würden wir glauben dass das schaffen würde uns alle eine sehr fremde hören wir nicht mehr kommen da langsam werden wir ab hören so wenn wir ein Christus sind dann sind wir nie Menschen dann sind die Dinge die wir wollen sind dann 40% aufzulei dann in 29% sagt es red nisch was die nächsten schulden kommen red bloß dort wo die gehalten waren die jungen hier so an der red sind es so dass andere abgebüht waren oder sind es so dass andere die schulden kriegen die dort büten hat die fahrt in james 3 wo wir reden dann andere abgebüht worden und die schulden liegen das kleine jungen der hat schulden geladen die dort was seine mami gesagt hat eine frühe geht mal und beklärt sich über man von dein hüß kommt ein beetje drunken hat und geftet immer jurasisch sei groter strid und man kommt ein pad door aber der man schulden ist das lehrer für die kohle und sagt in der büttel voll heilsam mit water und was sie soll tun wenn dein hüß kommt dann soll sie schluck von dort im mühl nehmen und nicht abschlucken eurer dämon schlucken das und nur drei weg dann kommt der frühe tre und den lehrer durch und sagt sie dort habe wirklich sehr feind geschauft so würde sein gut er will und dann sagt er kann sie gehen beim kron hol du hast genug so wo er ist ans rät es bloß immer die nächste schuldig anrechnen er kann er so sein dass der strieb wird durch geholt so er sei viel an lehrer in wo er in drei sein wo er in du war mit was der nächste da kann sein dass die man ist arrechen was aber kann sein dass er immer je angereht was gekommen ist eine andere Begebenheit wo sehr wichtig ist warum er mit uns reden ist dass ein älterer Mann wird gefragt ob ein junger Mann besitzt er im Gefängnis hat ihn eurer reichen hat und er fragt ob er den Mann besitzt und er anfängt zu reden dann sagt das älter Mann zu den Jungen wir sind irgendwo so ich hatte mich getroffen ich kann aber nicht wo dann sagt das jungen Mann ja sag weiter wir haben uns getroffen und er kann auch sehr klar denken wo und was passiert und dann wird wieder geredet und dann sagt das jungen Mann und dort ich im Gefängnis ist eigentlich deine Schuld na und sagt das älter Mann ich habe die schon mal getan wir haben es bloß einmal begann so viel dass ich weiß und wo wirst du sagen dass meine schuld ist dass du im Gefängnis setzt weil dann sagt als ich jungen wir 10 Jahre 3 dann kommen wir von dem quäten Haus der predio hat eine strenge Botschaft gehabt und die Botschaft hat mich so gepackt dass ich entschloten habe ich mit jemandem reden über mein Leben weil ich habe voll verloren ich habe sich entschloten dass ich etwas tun mit sein Leben aber was heuer sind da du von gered hat und hat die Predigt lacherlich gemerkt dass die predigt angeliert wird und ich wusste wo du soll reden schlote mein hart zu und dort ist wo ich im Gefängnis ist so was tun du reden sind Menschen im Gefängnis durch dem wo du gered haben wie vielleicht Schimmel und gedacht haben wie sind von hier in Georg in Freien an Gott sind die genut für was Gott getan hat soll es geben dass einer oder andere irgendwo im Gefängnis sitzt wo ich gesagt habe dass ich habe geschlossen von Gott das sei wichtig dass wir reden Paulus kommt hier drei und er nahm hier mehr Dinge ab was das soll ändern wenn wir von Gott reingewaschen sind das erste ist liegen und stehlen und reden wo wir reden und dann geht hier wieder in verse 30 sagt er belädigt Gott seinen Helden Jes nicht willst Jes als Gott entdecken dass er uns er hat die garantie dass das Dach kommt dass wir hier rückgeraten wurden so er kommt und sagt er will wir erinnig sein will wir ungenommen haben was Gott getan hat haben wir den Helden Jes gekriegen und nun sollen wir abpassen dass wir den nicht belädigen dass wir Gott sehen Jes nicht wollen du drücken wenn er uns drücken will weil Gott hat sich mir in die rückgeräubt dass wir sind so sind dass wir uns drücken von an und so Paul sagt wenn es passiert ist dass die gerät sind post ab dass Gott Jes nicht du drücken wird dass Gott Jes schaufen kann weil Gott kann nicht bloß mit den Jes dann in verse 31 wird nicht bett und fucht dich übereinander versuch nicht hier ab mit schrien und zu beleidigen Lutzer wird nichts von uns zu sein so dann denkt wir vielleicht das haben wir alle gelesen das weiß wir alle aber wir alle wissen dass wir in Fleisch gemeente denken haben das nicht so soll sein wer mit das klären wird sich selbst in den gründ bringen sich selbst doldrecht sich selbst schüden an und wir füllen uns dass wir nicht abmerksam sein nicht wager sein mit was wir sein oder was wir geben wer wir sein oder was für uns kommt wo wir mit handeln so Gott hat sein pot getan dass wir in Christ sind und es wichtig dass wir reich mit am gehen 2nd Korinthians 5 Vers 17 18 und 19 mit allem versäumt zu werden. So, was Gott getan hat, darf ich dort wie ein Christus sein. Und nun sagt es, dass er uns die Abgebung gegeben hat, um andere Menschen das wieder zu reden. Wir würden gleich so sagen, dass ich dort meine Abgebung um andere Menschen das unterbeiden. Aber so ist das ältere Mann, wie ein Hindernis gewesen für die jüngere Mann, das Angebot anzunehmen, soll wir nicht sein. Wir sollen klar haben, dass wir eine Helm für die jüngere, dass wir Segen, dass wir ein Verlangen haben, dass wir Wahlen erleben. Wir wollen bereit sein und bestellen, wie es dort als unsere Abgebung. Das ist nicht bloß die Predigerung, aber dass jeder einer, der Jesus angenommen hat, seine Abgebung. Wir haben alle gelegen, unsere Testimonie mitzudeilen. was Gott an uns getan hat. Das braucht nicht was gelehrt sein, sondern wir müssen die Erfahrung verteilen, was Gott an uns Leben getan hat. Und dass wir nie leben, leben tun. Vers 19 sagt, Gott ist, Gott wie ein Christus und er versöhnt die Welt mit sich selbst. Er verhielt die Menschen ihre Sünden und hält andere nicht mehr fair. Und er hat uns die Botschaft von der Versöhnung unverträgt. Er hält uns die Sünden nicht mehr fair. Er hat uns die Vergebung. Wir können frei sein, nur es wird unsere Abgebung und andere Menschen diese Versöhnung unterbreiten. Wo wichtig ist es uns dort, dass andere Menschen diese Versöhnung verstauen können. Er soll uns anspornen, so zu reden, so zu leben, dass wir uns betrachten, dass das Wort nur Jesus getragen wurde. Möchtet nicht alle Sünden. Wir haben Abstand und beten, wenn wir uns pausen, das ist. Vorher in Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Öppenbarung, was du uns gebt hast, dass wir sein können, was du tun hast, Gott. Du kämpfst, wenn du ehr, namens unsere Schuld, und betulst dich da. Und wir können frei sein, vorher wir sind dankbar dafür. Vorher, hoffe uns, dass wir mit unserem Wandel so sein wollen, dass auch andere Menschen nicht getragen wurden und dass sie nicht werden dürfen, aufgeschoben, feiern, oder trittsiede stattfeiern. Vorher, mein Verlangen ist, dass die Wut wieder in unsere Horten wird wirken und dass wir mit Freude das Leben sehen, was du uns gebt an Bord hast. Vorher, wir sind dankbar, dass wir nicht dürfen von dir sein, der bloß Segen nicht fängt, aber dass wir kennen von dir sein, was du dort gebt an Bord hast. Vorher, ich bin dankbar dafür und für deine Leitung und deine Führung auch wieder für den Tag in Jesus' Namen. Amen.